Ich kann hier niemanden gebrauchen, der Unruhe stiftet. Tut mir leid. Ich meine, tut mir leid, dass ihr das mit ansehen musstet, aber ihr kennt das ja. Man hat männliche Bedürfnisse, man will sich prügeln und sowas, rumwerkeln und Feuer machen. Wie ist dein Name? Dein befehlshabender Offizier hat dir eine Frage gestellt. Äh, ich habe einen Namen. Es ist sogar der Name eines Jungen. Ling! Wie wär's mit Ling? Sein Name ist Ling. Ich habe nicht nach seinem Namen gefragt, dein will ich wissen. Hachi! Hachi! Hachi? Gesundheit! Ich mach mir gleich ein Zimt. Mushu! Mushu! Äh, nein! Wie heißt du nun? Ping! So hieß mal ein Kumpel von dir. Ich heiße Ping! Ping? Obwohl, der hat mir mal die Freunde ausges... Ja, mein Name ist Ping. Zeig mir dein Einberufungsbefehl. Phasoo? Der Phasoo? Ich wusste gar nicht, dass Phasoo in den Zonen hat. Äh, nun, er redet nicht so oft von mir. Ich weiß auch warum. Der Junge ist ja komplett übergesnappt. Nun gut, Leute. Bedankt euch bei unserem neuen Freund Ping. Denn heute Nacht werdet ihr jedes einzelne Reiskorn wieder auflesen. Und morgen früh kommt ihr richtig ins Schwitzen. Also weißt du, für den ersten Tag war das gar nicht mal schlecht.